Wir sind hier in Dänemark an der Nordseeküste und zwar in der Nähe von Ringköbing bei Sonderweg und hier ist ein neuer Lalandia entstanden. Wir haben ein sechs Personen Premium Haus gebucht und werden da gleich mal reingehen. Das ist die Entfernung von hier, von der Hausnummer 10 zum Parkzentrum. Strand und Sonderweg befinden sich direkt hinter mir. So, ihr kommt hier rein, indem ihr einfach hier eure zugeschickten Zahlen eingebt und dann schauen wir uns mal das Haus an. Hier zuallererst einmal die Waschküche mit Dusche, Toilette, natürlich alles ganz neu. Hier ist der Sicherungskasten. Fangen wir mal hier links an. Hier ist ein Schlafzimmer, zwei getrennte Betten, Bettwäsche, Handtücher haben wir soweit dazu gebucht. Gehen wir weiter. Hier haben wir einen großen Kühlschrank und ebenfalls ein großes Gefrierfach und einen Staubsauger. Ich mache mal kurz hier im nächsten Schlafraum weiter. Das war ein Hochstuhl. Ja, der ist hier, dieses Schlafzimmer ist hier vermutlich das Elternschlafzimmer mit dem Doppelbett. Ihr habt hier zwei Kleiderschränke, Fernseher, Babybett. Dann geht es weiter hier in den Essbereich. Hier wartet dann auch auf euch. Hier haben wir einmal unser Willkommenspaket. Das schauen wir uns gleich an. Da sind dann die kurzen Schwimmbad etc. bei. Hier ist die Küche. Hier kann man wohl dann die Klimaanlage, die es hier gibt, anmachen. Hier oben seht ihr die Klimaanlage. Küche ist dann, da ist Müll schon mal drin. Da kann man Müll töten. Hier ist Besteck. Hier unten ist es leer. Kommen wir hier oben weiter. Eine Vase. Und ja, was man so in der Küche braucht. Gläser, Tassen, Zeller, Eierbecher und Schnapsgläser. Kaffee. Wir haben hier Filterkaffee. Dann geht es hier leer. Hier Backformen. Auch ganz wichtig, weil hier gibt es einen Backofen. Backbeer. Da gibt es wohl eine Kindersicherung. So, und dann geht es auf. So. Hier dann noch Töpfe und eine Pfanne. Es geht weiter. Hier ist die Couch. Und auch mit einem Fernseher. Wifi. Ein bisschen Beschreibung zu Ringkölbing. Hier, wie gesagt, ist die Terrasse. Wir sind hier in dem Premiumhaus Nummer 10. Und da ist das Zentrum. Und dort hinten auch der Strand. Hier geht es dann weiter mit einem weiteren Doppelzimmer. Und ebenfalls. Es ist eine Schiebetür. Ebenfalls mit Schrank. Und hier geht es dann noch mal zu einer Toilette. Mit Haschbecken. Und noch einer Dusche. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Duschen. Weil die eine von diesem Raum hier begehbar ist. Und die andere dann von der anderen Seite. Okay. Soviel dazu. Hier geht es raus. Dort geht es raus. Das erst mal zum Haus. Parkplätze sind hier vor dem Haus vorhanden. Zwei Stück. Das ist also der Blick von hier. Haus Nummer 10. Premiumhaus. Sechs Personen nach La Landia. Zum Zentrum. Hier ist unsere Terrasse. Ein Schlafzimmer. Wohnen Essbereich. Hier gibt es hier oben. Wir sind also ganz am Ende. Es scheint auch eine Klimaanlage zu geben. Und ja, der Parkplatz ist direkt vorm Haus. Hier ist die Küche. Babybett gibt es auch. Wir gehen jetzt mal rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Dorn hoch, ein Abo meines Kanals. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.